Ich gemerkt habe, dass ich durchschnittlich um 12 so aufwache, 15 Uhr frühstücke, 15.30 Uhr ein Nickerchen mache und mich dann in eine Decke gehüllt in Gollum-Haltung vor mein Laptop hocke. Nicht, um mir Trash-TV anzugucken, sondern Videos über Trash-TV. Habe ich gedacht, vielleicht sollte ich doch mal wieder zur Therapie gehen. Sie brauchen Akuthilfe? Ich hätte da eventuell was nächstes Jahr her. Bis dahin? Haben Sie es schon mal mit Meditieren versucht? Oder ein bisschen raus in die Natur? Junge, ich habe seit einer Woche nicht geduscht. Ich bin in der Natur. Meine neue Therapeutin hat vor ungefähr 10 Minuten aufgehört mitzuschreiben und versucht seit einiger Zeit, mir behutsam ins Wort zu fallen. Wie hat sich das für sie angefühlt? Das ist die ultimative therapeutische Uno-Reverse-Karte. Ich benutze sie inzwischen im Alltag ziemlich oft zusammen mit anderen kleinen Schätzen aus dem Therapievokabular, zum Beispiel auf Arbeit. Wenn mein Chef sagt, Luise, du bist 20 Minuten zu spät und trägst weder Schuhe noch Verantwortung für deine Unzuverlässigkeit, frage ich ihn, wie hat sich das für dich angefühlt, Jürgen? Wir sind alle verletzte Seelen, Jürgen. Erinnerst du dich, wann du dich schon mal so gefühlt hast? Früher vielleicht? Wir sind alle verletzte Seelen.